Das ist der Flottkast-Interbrenn, der Anascho-Alternativ-Brennpunkt zur Robin-Variante, weil er meint, er könnte seine Fans vernachlässigen und nach Japan fliegen und von dort aus Fanservice betreiben. Aber falsch gedacht. Sehr falsch gedacht. Bitte, was? Sehr falsch gedacht. Äußerst falsch. Wir nehmen über Discord auf, liebe Leute, deswegen haben wir eine leichte Latenz. Und ihr kennt es noch aus der Corona-Zeit, als die großen Lockdowns waren und die Podcasterinnen nicht treffen durften. Und das machen wir jetzt auch, Herr Rudi und ich, weil wir auf verschiedenen Planeten sind. Ja, und weil ja, und da sind wir wieder beim Cold Opener, ja, Corona jetzt wiederkommt, habe ich gelesen. Wollte ich mir auch schon gesagt. Und es ist wohl nochmal eine ganz andere Variante. Und überraschenderweise, also bevor wir jetzt einsteigen, aber nur ganz kurz, mir haben ganz viele Menschen berichtet, dass sie so ein bisschen krank sich gefühlt haben. So ein bisschen Halsschmerzen, Kopfweh hatten, aber nicht so richtig. Das könnte wohl auch diese Corona-Variante sein. Und die hatte ich auch letzte Woche. Aber es war echt nur so auf so einem ganz labilen Level. Aber ich habe jetzt keinen Test gemacht oder so. Da kann ich direkt zum zweiten Cold Opener kommen. Ich bin nämlich müde und ein bisschen krank. Und tatsächlich ist es genau das, was du gerade schilderst. Vielleicht kaufe ich mir noch einen der verbleibenden runtergesetzten Corona-Tests und mache den mal. Denn am Montag, also nach der Gamescom, bin ich mit leichten Halsikratzi aufgewacht. Und habe dann so zwei Liter Ingwertee da drauf gegossen. Dann ging es wieder. Nächsten Tag selbe Sache, gestern selbe Sache. Also ich saufe den Ingwertee und versuche das damit klein zu halten. Aber es ist genau das, was du beschreibst. Vielleicht habe ich ja ein Korönchen. Das kann sein, dass jetzt Corona so eine lasche Variante ist, dass es mal nicht mehr so richtig kaputt und krank ist, sondern nur noch so ein bisschen. Und ich hatte ja einen kleinen Auftritt letzte Woche gehabt. Und weil ich mich so schlecht gefühlt habe, habe ich mir einen übelst geilen Drink gemacht. Also ich habe mir erst mal Kamillentier aufgegossen. Habe ein Salbei-Bonbon reingemacht, weil ich kein Salbei-Tier mehr hatte. Zwiebeln klein geschnitten und reingemacht, Ingwer klein geschnitten und reingemacht und Agarven-Dicksaft. Okay. Und Knoblauch. Das ist voll die gute Idee. Also du hast keinen Salbei-Tee und hast dann einen Bonbon da reingerührt. So war es auch ein bisschen süßer. Ja, das ist total schlau. Also ich finde, diesen Pragmatismus sollten wir bei allen Sachen an den Tag legen. Zum Beispiel bei dem Problem, dass mein Audacity hier gar nicht mitscrollt und ich meine tollen Stimmenausschlag gar nicht sehe. Naja. Aber hoffentlich geht es bei dir nicht, dass wir nachher hier eine stumme Spur von Herodes haben und es hier ein Mono-Podcast wird. Ja, die Angst hatte ich tatsächlich auch, weil wir sind jetzt quasi wieder Anfänger. Ich bin auch gar nicht sicher, ob wir die Folge jetzt einfach numerisch weiterlaufen lassen oder ob das jetzt der Brennpunkt Interflot ist. Folge 1 von 4. Der längste Flotcast der Welt. Der längste Flotcast der Welt bis jetzt. Der nächste Woche wird es noch extremer, noch länger und noch mehr News. Was ich nicht glaube, weil diese Woche müssen wir zwei Wochen abdecken. Letzte Woche war gar nicht. Das stimmt, wir hatten alle keine Zeit. Und der Nibor ist jetzt auf dem Weg nach Japan. Wir drücken ihm die Daumen, dass er auch gut ankommt. Und einfach mal der Form halber werde ich sagen, ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Datenautobahn, ja. Hier beim Brennpunkt Internet. Wir werden die vergangenen zwei Wochen satirisch aufarbeiten mit schwarzem Humor. Darf man ja alles dann sagen, habe ich gehört. Genau. Das machen wir heute auch. Ja, und wenn jetzt eine Oma zuhört, dann Triggerwarnung bitte abschalten, weil sonst stirbst du. Genau. Also Oma Gerda, bitte lieber Fernsehgarten einschalten zum Sonntag heute. Da gibt es wahrscheinlich weniger Herz- und Fahrtpotenzial. Richtig. Ich habe gehört, dass Robin über Russland fliegt. Und um News der letzten zwei Wochen aufzugreifen, von Russland aus gestartete Fluggeräte sollen ja bisweilen kaputt gehen. Ich habe da zwei Stück besonders erwähnenswert. Eine war Richtung Mond und eine, weiß ich nicht, da war auf jeden Fall ein ziemlich wichtiger Kriegsdude drin. Was weißt du denn darüber? Ich weiß, dass der Chef der Wagner-Gruppe mit dem Flieger abgestürzt ist. Und es gibt verschiedene, natürlich, Gerüchte und Meldungen. Laut Kreml war es einfach nur ein Absturz und sehr tragisch und der Arme und so weiter. Aber um es kurz zusammenzufassen oder für Leute, die nicht wissen, worum es geht. Es ist ja vor einigen Wochen die Wagner-Gruppe einmarschiert in Moskau, also die eigentlich ursprünglich für Putin in den Krieg mitgezogen sind. Da waren sie sich aber aus verschiedenen Gründen uneinig, sodass die Wagner-Gruppe quasi einen Putschversuch wohl gestartet hat. Und der aber abgewendet werden konnte durch Lukaschenko, also der belarussische Präsident, hat das ein bisschen abgewogen und verhandelt. Und so ist Wagner wieder abgezogen oder sind die Wagner-Gruppen abgezogen. Und das war schon ein riesiger Affront gegen Putin. Und dann haben viele schon gesagt, dass der Chef der Wagner-Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, dass der halt das nächste Weihnachten nicht überleben wird. Und so war es auch. Er ist abgestürzt mit einem Flieger. Es gibt Spekulationen darüber, dass irgendwie Munition im Flugzeug war oder Bomben, die hochgegangen sein sollen. Es gibt Gerüchte über, dass er abgeschossen worden ist, der Flieger. Oder einfach nur ein Unfall, man weiß es nicht genau. Oder auch, dass die westliche Propaganda oder die westlichen Kräfte diesen Flieger haben abstürzen lassen. Es gibt ganz viel Spekulationen, aber noch keine richtige klärende Ursache. Ja, das kam ja aus dem Baltikum. Ich weiß gar nicht, was das obere Land ist. Es ist entweder Littlanten oder Litauen. Es ist auf jeden Fall nicht Estland und die haben von der NATO aus eine Rakete drauf geschossen. Denn, im Übrigen, die Evgeny Prigozhin hat ja mit Putin ausgemacht, dass Putin ihn nicht umbringt. Und wenn Putin das sagt, kann es ja nicht sein, dass Putin ihn umbringt. Weil man kann ja mit Putin verhandeln. Und deshalb glaube ich nicht an die ganzen Geschichten von wegen, der hat den irgendwie runtergeholt. Das war ja eine Vereinbarung. Kann man ja nicht machen. Nee, es war Selbstmord. Ich glaube auch, das war patriotischer Selbstmord, weil die Rakete zum Mond auch auf dem Mond zertrümmert worden ist. Dass sie gesagt haben, wir fliegen jetzt auch in den Himmel und setzen ein Zeichen und stürzen eben auch ab. Damit wir halt zeigen, ey, du bist nicht alleine. Der ist senkrecht hoch und wollte diese Mondmission quasi noch heimholen. Und hat aber nicht gewusst, dass er halt in einem Flugzeug sitzt, dass er das nicht kann. Und durch einen Strömungsabriss an den Tragflächen ist er dann runtergegangen. Das wird es gewesen sein. Er wollte es quasi kaschieren. Er wollte die Teile einsammeln und Fotos vom Mond machen und sagen, hier ist gar kein Trommerteil von uns. Es war alles nur Fake. Fake-Propaganda vom Westen. Und das gab es eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt gescheitert. Und alle sind jetzt gestorben. Alle sind jetzt tot. Eine News, die ich gelesen habe, aber übersprungen habe. Gestern soll der Mond irgendwie besonders gewesen sein. Also da wäre nochmal so ein Aufwaschübergang, den man mal machen könnte. Zurück zum Thema. Das war ja, glaube ich, auch im Rahmen der letzten zwei Wochen diese Mondlandung, sage ich jetzt mal. Ich fand ja diesen gescheiterten Euphemismus seitens der russischen Raumfahrtbehörde ganz witzig, dass das Raumschiff gegen den Mond geflogen sei und aufhörte zu existieren. Echt? Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler war, aber es wurde tatsächlich von verschiedenen Medien genauso zitiert. Es gab auch keinen Holocaust in Deutschland. Einfach die Juden haben nur aufgehört zu existieren. Sechs Millionen. Schwitztingo. Du schlägst dir eine ähnliche Kerbe wie ein gewisser bayerischer Wirtschaftsminister. Aber ich glaube, da kommen wir gleich drauf. Ja, ist auch noch ein großes Thema. Auf jeden Fall. Es ist allgemein heute für mich eine sehr politische Ausgabe. Ich habe sehr viele politische Themen heute mitgebracht. Es geht viel um Rassismus und um Judenfeindlichkeit. Also vielleicht hätten wir noch ein paar einzelne Pipi-Kacka-Themen von irgendwelchen Twitch-Streamern oder so, die sich wieder irgendwie gepimmelt haben oder so, die ihre Pimmel rausgeholt haben. Das Problem ist, deshalb würde ich es auch lieber nicht Brennpunkt Internet nennen, ist, dass ich gar keine News aus dem Internet habe, weil mich das alles irgendwie so abfuckt, dass ich da gar nicht hinterher bin. Ach so. Dafür brauche ich halt Robin. Ja, eben Robin ist halt immer der Internet-Part, der die jungen Leute erreicht. Also ich bin ja immer so der Politik-Opa, der halt Zeitungen liest und dann erzählt, wo die AfD wieder gelogen hat und wo wieder irgendwelche Hakenkreuzschmierereien sind. Und Robin ist immer so derjenige, der weiß, dass wieder irgendwie ein 18-jähriger Twitch-Streamer seinen Penis in die Kamera gehalten hat. Das kriege ich gar nicht mit. Richtig. Ja, da sieht man mal, man weiß, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Jetzt haben wir zwar keine nervigen Zwischenruf-Witze, die in 10% der Fälle sogar mal ein Lacher wert sind, aber uns fehlen auch die ganzen Internet-News. Der Robin-Lester-Cast. Also wenn ihr, liebe Leute, uns supporten wollt in diesem Robin-freien Monat, könnt ihr uns sehr gerne bei Telegram oder Instagram, wie auch immer ihr uns erreichen könnt, oder auch per Post und Brieftaube uns Online-News zukommen lassen, die wir gerne vortragen können. All die Quellen sind nirgends angegeben. Ihr müsst euch schon Mühe geben. Ja, Quellen braucht... Ja, das könnt ihr auch recherchieren. Es ist der erste Einstellungstest für unsere Redaktion. Die müssen selbst herausfinden, wie wir heißen, wo wir zu finden sind. Und gerade zu Zeiten, wo es keine blauen Haken mehr gibt, kann ja jeder im Prinzip der echte Tino und der echte Herodes sein. Und vor allem in Zeiten, wo ich auf keiner Seite verfügbar bin, auf keiner Social Media, die solche Haken anbietet. Aber ich weiß nicht, YouTube habe ich ja einen Kanal, aber der Posteingang, den gibt es ja nicht mehr. Keine Ahnung, ihr kriegt das hin. Schreibt mir einen Kommentar und das Watch Dogs Video. Aber auch bei Instagram kann man jetzt sich einen blauen Haken irgendwie einfach holen. Okay, das ist doch quasi eine Internet-News. Wie findest du das? Also, ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Ich weiß nicht, wie hoch die Hürden sind. Mir wurde das nur vorgeschlagen, hol dir jetzt eine Verifizierung. Dann musst du wohl den Ausweis irgendwie zeigen, irgendwie eine Zahlung machen. Dann kommst du wohl auch im blauen Haken. Es soll wohl nicht ganz so schnell gehen wie bei Twitter Blue. Also, es kann jetzt nicht jeder Volldap irgendwie sagen, ich bin jetzt hier der echte Haribo-Unternehmer, aber... Der echte Hans Riegel. Es ist trotzdem relativ... Hans Riegel. Aber es ist nicht ganz so trotzdem immer noch irgendwie weird. Ich habe es noch nicht ausprobiert und noch nicht nachrecherchiert. Aber ich fand es interessant. Ja, im Übrigen, kleine Insta-Story von meiner Seite. Ich habe ja... Irgendwann hatte ich ja Insta, da habe ich ja irgendwann gemerkt, ey, ich hänge da so viel davor, ich schmeiße jetzt einfach radikal von meinem Handy runter. Den Account habe ich noch so. Dann habe ich immer so einen Abstand von ein paar Monaten aus irgendwelchen Gründen, weil ich mal eine Story teilen sollte oder irgendwas Insta wieder drauf gemacht, war dann wieder genervt, habe es wieder runter gemacht. Die Robin-Song-Instagram-Story-Post hatte ich zum Beispiel drauf. Jetzt habe ich auf der Gamescom Schock-TV getroffen. Das ist ein berühmter YouTube-Kacker. Und der hatte mich auch gefragt, wie ich auf Insta heiße. Und da hat er einen Post gemacht und da wollte ich halt drunter kommentieren, habe ich auch gemacht. Und da war ich wieder zwei, dreimal auf Insta. Das ging so lange gut, bis ich in irgendeiner Story erwähnt wurde von einem Menschen, den ich nicht kenne, dass ich an irgendeinem Gewinnspiel gewonnen habe. Da war die App wieder schneller runter als Yefkoyni Progoszins Flugzeug. Ja, aber da gibt es auch gerade sehr viele Phasen. Es gibt so Phasen, wo ich täglich bei so fünf Storys erwähnt werde, ich hätte Amazon-Gutschein gewonnen oder irgendwelche Sexportale, die mich da irgendwie anwerben, dass ich mir nackte Frauen angucke. Und dann gibt es wieder wie aktuell eine Ruhephase. Also gerade werde ich gar nicht mehr markieren. Ja, aber da kannst du mir doch nicht erzählen, dass es keine KI gibt, die erkennt, ob so eine Scheiße den Fremden markiert oder irgendwie sowas, ob das ein Gewinnspiel ist oder was Seriöses. Kann man doch sicherlich, das kann man doch erkennen. Man kann doch alles erkennen heutzutage. Puh, oder das wollen die auch nicht, dass man das erkennt. Ich weiß es nicht genau, was da für Strukturen dahinter stecken. Ich weiß halt nur, dass wenn einem ein Gewinn versprochen wird, man den auch einklagen kann, theoretisch. Das heißt, ich hätte jetzt bestimmt schon so 100.000 Euro Amazon-Gutscheine und Dutzende Handys gewonnen. Ui, was würdest du dir davon kaufen? Dann könnte ich sie einklagen. Puh, alles eigentlich, alles, was es gibt, würde ich mir kaufen. Ich würde gar nicht mehr irgendwie irgendwo hingehen. Ich würde einfach nur noch mein ganzes Leben bestreiten mit Amazon-Bestellungen. Boah, meinst du, es gibt irgendwann mal Gutscheine für 20 Euro Brennpunkt-Hörerwunsch? Boah, das wäre ziemlich nice. Das wäre vielleicht für die Weihnachtszeit sehr cool, dass man so eine Art Adventskalender macht und dann ist irgendwie einmal Nikolaus oder so ein 20 Euro Gutschein drin für den Brennpunkt, den man verlosen kann. Nicht für alle, aber den man verlosen kann. Das fände ich actually ganz nice. Ah, der Plotcast-Brainstorm-Punkt. Wieder die neuesten Ideen. Die transparente Podcast-Werkstatt finde ich ganz gut. Ja, wir arbeiten uns hier voran zu etwas ganz, ganz Neuem. Ich muss noch ganz kurz scrollen, denn die Beendigung der Existenz der Rakete auf dem Mond hat, soweit ich gelesen habe, auf einer, ich weiß nicht wie seriösen Zeitung, Berliner Kurier, die sich auf eine noch seriösere Zeitung, Moskowitsch-Konsum-Morletz, beruft, angegeben, dass ein Raketenwissenschaftler nach diesem Absturz gestorben sei. Ist natürlich Raum für Gerüchte. In der Zeitung steht allerdings drin, dass er Tage bevor die Rakete los war, irgendwie im Wald Pilze gesammelt hat und die waren irgendwie giftig. Und darin ist er gestorben. Ah, ja. Also man könnte jetzt ganz böse sagen, dass vielleicht die russische Regierung einfach alle Pilze in seinem Wald, wo er mal so spazieren geht, einfach vergiftet hat. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob die da einfach so Novichok-Tee injiziert haben. Oder ob der, ja, ja. Aber ich glaube, es wäre sparsam, wenn die das nur in die Pilze machen, die nicht eh schon giftig sind. Es sind halt nur ganz, ganz viele Zufälle, glaube ich, dass so viele Menschen gerade sterben in Russland. Gerade so regierungskritische Leute, das ist Zufall, das ist meine Meinung. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht, wie gesagt, ich habe nur eine Quelle dazu gefunden, aber ich fand es natürlich auch wieder witzig. Stell dir mal vor, die russische Regierung bringt jetzt alle um, die irgendwie einen Fehler machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht besonders gut für den Arbeitsmarkt. Das heißt ja auch, du bringst quasi deine politischen Gegner um, also die Menschen, die dir gefährlich werden, aber auch diejenigen, die für dich sind, aber die Fehler machen. Also ich glaube, dass ich, und jetzt sind sie auch noch gerade in der Ukraine, und verdienen auch Hunderttausende und noch mehr junge Männer. Ich glaube, also irgendwann wird Russland ganz schön ausgesiedelt werden, ganz schön ausgedünnt sein. Ja. Ich frage mich, wer noch Ansprüche auf das Land erhebt, wenn dann irgendwann keiner mehr lebt. Wer zuerst da ist, vielleicht ja die Finnen oder so, oder pfff. Ich würde es den Luxemburgern schenken. Ja, stimmt. Wenn ich könnte. Den Luxemburgern? Ja, ja, oder... Aber die haben so wenig. Die haben so wenig Fläche. Die Vatikanen natürlich. Das wäre natürlich total schlau. Aber die haben schon so viel, aber ich glaube so, der Luxemburg, die haben so wenig Fläche. Ich weiß nicht, ob sie die kleinsten sind, aber mit die kleinsten, und den würde ich Russland gönnen als Fläche. Okay, aber wenn wir als Deutschland einmarschieren, dann wird das auf jeden Fall Großsaarland. Das ist mir wichtig. Ja, oder das auch. So ein kleiner Länderausgleich, so ein Länderflächenausgleich. Fände ich ganz gut. Ja, ja, gut. Stimmt, 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 stimmt. Wobei ich die saarländischen Menschen überhaupt nicht aussiedeln möchte. Die sind ja ganz nett. Vielleicht sollten wir einfach die Bayern aussortieren nach Russland. Wollen wir jetzt den Übergang zu Aiwange machen? Ich hätte sonst noch was mit Pilzen. Dann gib nur ein paar Pilzrezepte. Ähm, Thema Pilze. Wer noch einen Pilztrip erlebt hat? Es gab die Nintendo Direct zum Super Mario Wonder. Hast du die gesehen? Das nicht. Ich hab nur gelesen, dass der Mario-Synchronsprecher wohl in Rente geht. Ja, da gibt's jetzt wohl einen neuen Synchronsprecher. Das ist aber nicht die einzige Neuerung. Tatsächlich ist man jetzt nicht mehr im Pilzkönigreich, sondern im Flower Kingdom. Tatsächlich fühlt sich das Game trotzdem wie ein Pilztrip an. Und man trifft überall auf Blumen, die nach Hey-Fellow-Kids-Manier irgendwelche Tipps oder coolen Sprüche hinterherjagen. Es gibt auch sogenannte Wonder-Blumen, die dafür sorgen, dass das Game noch LSD-iger wird. Keine Ahnung, durch das Screen irgendwie dreht oder dass bunte Farben entstehen und so weiter. Und es gibt zusätzliche Power-Ups, nämlich ein Elefant, ein Bohrerhut und man kann Seifenblasen machen. Also Bohrerhut finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Was macht denn der Elefant? Na, der Elefant macht, dass man mit einem Rüssel so Blöcke wegschlagen kann und dass man so Wasser aufsaugen kann und da kann man dann mit Blumen gießen und der Bohrerhut, da kann man sich in den Boden bohren und unter so Feinden durchgehen und mit den Seifenblasen, da kann man so Feinde in die Seifenblasen reinmachen und man kann auf die Seifenblasen aber auch drauf hüpfen. Das ist auch eine schöne Innovation. Also finde ich gar nicht schlecht. Ich meine, Mario hatte schon ausreichend coole Specials gehabt, also ich mochte immer so diesen Cape zum Fliegen oder auch die Feuerbälle. Aber ich finde, man kann da ruhig mal neue Wege bestreiten. Ich finde das ganz schön. Ja, vor allem, jetzt noch mal ernst zu bleiben, es gibt ja die ganzen New Super Mario Bros. Teile, also New Super Mario Bros. 2, Brothers U und was habe ich vergessen noch irgendeins? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall genug Teile, die alle gleich sind. Dann kam Super Mario Maker, damit auch wirklich keiner mehr auf die Idee kommt, New Super Mario Bros. Teile zu machen, weil das ist ja im Wesentlichen auch nur neue Level im gleichen Design. Deshalb habe ich mich sehr gewundert, dass das Game überhaupt angekündigt wurde, aber man versucht jetzt halt sehr, sehr viel Neues. Warst du ein Mario Maker Spieler? Nee. Ich werde da nicht wahr mit. Gar nicht? Gar nicht. Ich fand das total cool, als ich es gesehen habe. Tatsächlich habe ich damals, vielleicht werden Sie sich gerne erinnern, es gab Rom-Hacks für Super Mario World. Das gab es ursprünglich für ein Super Nintendo. Und das konnte man irgendwann mit einer Rom halt auf dem PC spielen. Und da gab es das Tool Lunar Magic. Und da konnte man sich auch mit diesen Roms eigene Levels zusammenbauen. Also es war quasi vor Super Mario Maker schon eine Art und Weise, wie man sich eigene Levels bauen kann. Und da gab es dann richtig auch so Let's Player, die dann irgendwann die Levels der Fans Let's Played haben und so. Das war schon damals ein Ding. Das habe ich gern gemacht. Da hatte ich mal so eine Phase von Super Mario 64. Da gab es auch wohl auch so einige Menschen, die Level gebaut haben und die dann bei YouTube veröffentlicht haben. Das fand ich mal ziemlich nice. Okay, die hast du dann geguckt, aber nicht selber gespielt. Ja, nur geguckt. Ich bin da überhaupt nicht fähig dazu, sowas zu bauen. Das muss wohl auch recht kompliziert sein, gerade so mit 3D-Modellen und so weiter. Also Mario 64 war ja halt ein 3D-Spiel. Aber das fand ich richtig nice, weil ich das Spiel gesuchtet habe, ohne Ende als Kind und als Jugendlicher. Und dann nochmal neue Level zu sehen, aber in derselben Spielweise quasi. Und in derselben Engine. Das fand ich schon ziemlich spannend. Und Mario Maker war auch für mich ein riesiges Ding. Also ich war übelst gehypt, als es kam. Ich habe es auch sofort geholt und habe echt Level ohne Ende gebaut und habe auch Let's Player geschaut, die Level gebaut haben oder die sie gespielt haben von irgendwelchen Zuschauern. Da gab es dann diesen Keggy. Okay. Den habe ich dann für mich entdeckt. Das war so ein YouTuber, der hat halt eine Reihe gehabt, wo er alle paar Tage Spiele von seinen Followern quasi gespielt hat als bei Mario Maker. Und das war super unterhaltsam, super lustig. Und er war gar nicht mal so gut darin, das zu spielen. Aber trotzdem war der Unterhaltungswetter einfach riesengroß. Und der ist dann einfach zu Twitch gewechselt und macht quasi gar nicht mehr YouTube. Okay. Also ganz selten noch. Und jetzt guckst du Keggy nicht mehr? Nee, ich bin ja nicht so auf Twitch unterwegs. Ich schaue vielleicht manchmal, wenn so ihr online seid, so wie Robin, du, Imp oder so. Aber sonst bin ich ja eigentlich nicht auf Twitch unterwegs. Okay. Du schaust Imp? Gelegentlich. Bist du rechts? Ich bin unangenehm links, muss aber auch meine Gegner kennenlernen, meine Feinde kennenlernen. Ah, okay. Imp, der rechte Feind. Nein, ich war natürlich ein Scherz. Das war ja auch funny. Als ich Imp mal besucht hatte, durfte ich quasi einen Endcard-Clip bei ihm aufnehmen, wo ich quasi auch sagen durfte, Imp ist der Beste. Und es hat er gerade in so ein Video reingeschnitten, wo ich mal nicht mit ihm an der Meinung war. Ah, fuck. Wo ich dachte, ach, fuck. Ups. Aber ich bin trotzdem stolz drauf. War bis witzig. Ja, ich glaube, der war irgendwann mal auch bei einem Robin-Stream. Da habe ich dann auch mal Imp ist der Beste gesagt und wurde dann tatsächlich auch reingenommen. Das war damals, da kannte ich ihn noch gar nicht so gut. Da habe ich mich mehr gefreut, weil ich dann auch so ein richtiger Fanboy war. Nein, ich habe ihn ja schon vor vielen Jahren kennengelernt. Also ich kannte ihn ja viel länger als ich dich und Robin kenne und so. Da war ich vielleicht so 18, habe ich ihn halt kennengelernt, abseits von irgendwelchen YouTube-Sachen oder Mediengeschichten. Aber er war noch, glaube ich, nicht bei YouTube unterwegs. Aber es war noch so vor seiner Karriere quasi. Und wir haben es dann aus den Augen verloren, weil ich ja so auf Facebook unterwegs war, als ich dann, glaube ich, da rausgelöscht. Wir hatten echt viel geschrieben miteinander. Und erst habe ich ihn dann wieder getroffen, als er bei Robin im Livestream war. Und ich war halt auch vor Ort. Da hat er wohl geschrieben, ach, den einen kenne ich doch von dort und so. Und da haben wir uns wieder kennengelernt, witzigerweise. Da kanntest du eben schon, bevor es cool war. Das wusste ich gar nicht. Ja, schon ewig her. Ja, also ich würde schon so sagen, 10 Jahre. Krass. Das ist der Brenn-Privatgeschichten-Punkt-Cast. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nie im Leben. Nee, nee, das hätte ich gewusst. Nee? Okay. Auf jeden Fall mag ich ihm es sehr gerne, auch wenn wir nicht mal einer Meinung sind. Aber es macht ja auch irgendwie so eine Unterhaltung aus, wenn man mit jemandem sprechen kann, der halt nicht nur irgendwie sagt, ja, stimmt, hast recht, sondern wir debattieren auch sehr viel. Und das mag ich an ihm. Ja, das ist dieses Meinungsvielfalt. Und wie gesagt, man hört sich ja gegenseitig zu und versucht sich nicht irgendwie ganz Zeit im Keim zu ersticken. Ja. Wollen wir auf ein kontroverses Thema überleiten. Können wir sehr gerne machen. Ich hoffe... Hast du eins? Ich habe eins. Ich bin ja noch Dortmunder. Und mir wurde das jetzt mehr oder weniger zugespielt. Hoffentlich habe ich den Tab hier noch offen. Habe ich nicht. Brenn vorbereitet, Punkt. Ja gut, dann probiere ich es aus dem Kopf zu machen. Ich habe das heute Morgen erst gekriegt, die News. Also es gibt in Dortmund eine Ausstellung, wo es... Da geht es um... Ich glaube, um Kolonialismus. Kolonialismus. Und an Samstagen zwischen 9 und 15 Uhr oder irgendwas in die Größenordnung sollen People of Color und irgendwas mit indigenen Leuten und so weiter nur rein dürfen. Ergo keine sogenannten Weißen. Sogenannte Weißer. Darüber gibt es jetzt einen Scheiße-Gewitter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, es ist so. Aber es betrifft wohl nicht die ganzen... Also nicht alle Uhrzeiten. Also das Museum hat wohl in der Woche so 48 Stunden geöffnet. Davon sind vier Stunden. Hat nur für People of Color oder für Menschen, die halt nicht weiß sind, geöffnet sozusagen. Und es gibt natürlich einen riesigen, wie du gesagt hast, Scheiße-Gewitter. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich verstehe schon, was die Leute so meinen mit... Ich will auch da reingehen. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Person, die sich gerade darüber aufregt, Samstag zwischen 12 und 14 Uhr in dieses Museum reingehen möchte. Oder überhaupt in dieses Museum reingehen möchte. Und dann gibt es halt so Personen, die erklären ja was von Rassismus gegen Weißen. Und wollen das irgendwie gleichstellen miteinander. Aber ich warte mal auf ihren Profilen bei Facebook und Instagram und so weiter. Und die haben nicht einen Beitrag zum Thema mal Rassismus gegen Schwarze. Aber sofort, wenn es mal um sie selbst geht, dann ist irgendwie das Fass offen. Ja, das ist ja erst nur menschlich. Dass man, wenn man nicht betroffen ist, also Thema, weiß ich nicht, Hunger. Wann schreibt man am lautesten, wenn man ihn selber hat? Ähm, ich finde... Ist so richtig. Aber ich muss sagen, ich finde es... Also sie haben auch geschrieben von dem, oder ausgesagt von dem Museum, dass es ein Experiment sein soll. Um mal zu gucken, was so passiert und wie das Medienecho ist. Dann haben auch Menschen geschrieben, die es ganz gut finden, damit sie eben auch mal weißer erfahren, wie es so ist. Wenn sie ausgeschlossen sind, was ich jetzt nicht ganz unterschreiben würde. Aber ich verstehe den Gedanken zumindest. Und einen Punkt gab es noch, den habe ich aber, glaube ich, gerade vergessen. Ach, nee, genau. Safer Space. Dass man auch so zum Thema Safer Space sagt. Ähm, um halt auch Menschen ins Museum zu locken, die eben betroffen sind. Eben People of Color. Oder Menschen halt, die einfach nicht weiß sind. Dass man denen so ein bisschen Safer Space bietet und sagt, hier, ist mal für vier Stunden nur für euch das Museum geöffnet. Und, ähm, kommt einfach mal vorbei. Okay, so. Ganz kurz als erstes hat der telepathische Robin in mir gerade angefragt, ist Safer Space eine Mischung aus Safe Space und Safer Sex? Das ist eine sehr gute Frage, die ich meinen Workshops gerne zurückgebe. Was ist denn Safer eigentlich? Weißt du das, was Safer bedeutet? Na, noch safer als vorher. Nee, andersrum. Also, safe ist halt sicher und safer ist sicherer. Naja. Also, das heißt quasi, nee, also, es ist halt, ähm, nicht 100 Prozent. Also, safe heißt ja 100 Prozent. Es ist absolut sicher. Und safer heißt halt, es ist nahezu sicher. Es ist sicherer, oder wie viel R's man dransetzen muss. Es ist halt nahezu sicher. Weil man halt ein Safe Space nicht zu 100 Prozent gewährleisten kann. Deswegen sagt man halt auch safer Sex, weil es immer ein Risiko gibt, sich trotzdem zu infizieren, trotzdem schwanger zu werden. Und safer Space heißt eben, wir versuchen ein Safe Space zu schaffen, aber es ist halt nicht garantiert, weil trotzdem können ja irgendwelche gegnerischen Personen, in dem Fall irgendwelche Rassisten, Faschos, keine Ahnung, trotzdem das irgendwie umgehen und euch trotzdem irgendwie angreifen, keine Ahnung. Deswegen ist es halt noch safer Space. Ja, krass. Jetzt hast du meine dumme Frage richtig ausgekontertet, indem du sie einfach beantwortet hast. Was soll das? Es tut mir sehr leid. Es ist mein Thema. Ich bin gerade voll im Workshop-Modus. Brennen, hier lernst du noch was. Punkt Flottcast. Ich bin gerade voll im Workshop-Modus, weil ich die ganze Woche Workshops hatte, jeden Tag so fünf Stunden oder so zum Thema Vielfalt. Ja, pass auf. Ich habe ja jetzt eh die Schnittgewalt und das Passwort. Dann würde ich sagen, wir machen nächsten Sonntag einfach einen Workshop. Kein Problem. Ich habe mich nämlich gefragt, ob bei der Frau die Pussy ausleiern kann. Nee, aber ich finde das total spannend. Es kam auch mal die Frage irgendwie, ob denn die Vulva der Frau oder die Vagina der Frau, ob sie breiter wird und ob sie irgendwie, wie du gesagt hast, nicht ausleiern, aber ob sie halt irgendwie weiter wird und man dann halt weniger spürt als Mann oder als Mensch mit Penis. Vielleicht dann zurückgegeben, ja, aber nutze ich denn dein Penis auch ab, wenn du ihn öfter benutzt? Ja. Hat er gesagt, nee, siehst du, das gibt es nicht. Also es ist halt ein Mythos. Ja, das ist eine, das ist eine, das ist tatsächlich gerade ein Recall, denn die Geschichte hat sich schon mal im Brennpunkt oder so erzählt. Darauf habe ich mich auch gerade berufen mit der Frage. Aber alle, die es nicht gehört haben, die wurden jetzt daran erinnert. All die Frage kommt schon mal vor, auch in Workshops tatsächlich. Aber gerne zurück zum Thema. Ohne Scheiß, nehme ich nicht zurück zum Thema, weil ich frage mich, wer sitzt zu Hause und denkt nach, boah, ich weiß nicht, ich rufe mal bei der AIDS-Hilfe an. Warte mal kurz. Oh geil. Du würdest dich wundern, also wirklich, ohne Scheiß, ich mache das ja jede Woche irgendwie, zum Beispiel Telefonberatung, also bundesweit zumindest. Und was da einfach für Anfragen kommen, für Menschen anrufen, das ist schon unfassbar. Also es sind auch Storys echt, die man nacherzählen könnte, so in einem Buch oder so. Natürlich anonymisiert und so, aber es ist schon echt unterhaltsam. Manchmal auch traurig, weil manchmal sind auch Sachen dabei, die irgendwie mich auch berühren oder so, wo ich die Leute nachvollziehen kann oder wo es auch wirklich so eine Beziehung auf dem Hö-Hö-Scheideweg steht und ich dann halt sagen muss, also um nur ein Beispiel zu nennen, wenn halt so eine Frau anruft und sagt, irgendwie, ihr Mann hat irgendwie eine Gelechtskrankheit, wie Tripper zum Beispiel und behauptet, der hätte das vom öffentlichen Klo bekommen, ob das so sein könnte oder ob er mich halt betrogen hat, wo ich immer sagen muss, ey, sorry, aber man kann sich über einen Toilettensitz keine Infektionen holen, vor allem keinen Tripper und so weiter. Also da muss man schon Sex gehabt haben damit. Und dann merkst du halt, wie die Frauen irgendwie, meistens Frauen dann sagen, ja, kacke, scheiße oder weinen oder so. Das ist schon ziemlich scheiße. Ja, auf der anderen Seite ist das immer noch die bessere Wahl, weil es halt die Wahrheit ist, beziehungsweise näher an der Wahrheit drin ist. Ja, sicher. Ja, klar. Ohne dich jetzt arbeitslos zu machen, aber ich habe tatsächlich rausgefunden, dass diese Fragen auch sehr gut von JGBT beantwortet werden können. Ist nicht meine Erfahrung. Ich habe da auch mal ein paar Sachen versucht, aber da kommt einfach so ein Quatsch raus. Echt? Ja, ja, ich habe mal gefragt, das sind jetzt kleine Fragen oder sowas wie, wer ist Frachter zum Beispiel? Ach, kann man. Sag mal was zur Band Frachter. Dann kommen irgendwelche Sachen, Frachter ist eine Band aus Nordrhein-Westfalen oder so und hat folgende Lieder und die gibt es überhaupt nicht. Ja gut, er halluziniert. Dazu muss ich natürlich sagen, dass es wahrscheinlich, der hat ja das komplette Internet irgendwie auswendig gelernt, aber so ganz kleine Sachen weiß er natürlich nicht. Ja, aber ganz vieles weiß er nicht. Also auch wenn du mal versuchst, irgendwie nach Quellen zu fragen oder so. Quellen kann er auch nicht, ja. Gibt es auch so YouTube-Videos, so Reportagen, wo sie versucht haben, über JGBT eine Bachelor-Arbeit zu schreiben und so. Es ist wohl inhaltlich recht akkurat und ganz okay. Auch von der Schreibweise her bekommt man das wohl kaum mit, wenn man das nicht weiß, dass es von einem Programm ist. Aber die Quellen sind halt eine Katastrophe, weil die nicht existieren. Ja, das habe ich auch häufiger mal, dass er dann irgendwie, ja genau, dass die Quellen einfach, ja, dass es die halt nicht gibt. So, die existieren nicht. Die findet man nicht nur nicht, die gibt es halt einfach nicht. Genau. Ja, soviel zu Dortmund. Ähm, nein, tatsächlich meine, äh, ich bin ja auch zielgespalten, weil die, dieses, diese Herangehensweise von wegen, es gab Ausgrenzung, jetzt machen wir mal andersrum Ausgrenzung, ist wahrscheinlich nicht so, nicht so klug meines Erachtens. Damit sorgt man eher dafür, dass die Spaltung stärker wird als schwächer. Na, es gibt schon so eine Methode, dass man sagt, man macht das, dass Diskriminierung irgendwie erlebbar, ne, also das gibt es ja irgendwie schon, und das kann auch in Menschen Sachen wachrütteln, das ist gar nicht mehr so schlecht. Ob das jetzt in dem Rahmen Sinn hat, kann ich auch nicht genau sagen, aber die Methode ist jetzt auch nicht aus den Haaren, also aus der Luft gegriffen. Ja, ich verstehe das Argument, dass die Leute, die sich aufregen und ich, das ist jetzt eine These, zu 90 Prozent eh nicht in das Museum gegangen wären. Und was mich halt am meisten wundert, ähm, in Dortmund, äh, so wie ich da die Sache sehe, leben da eh keine Weißen, also wer regt sich da auf? Ist das so, das weiß ich nicht. Nein, das ist nur ein kleiner Seitenhieb auf, äh, Dinge, naja. Okay, ähm, was, das war eine ziemlich, äh, rassistische Aussage, äh, wer hat denn noch alles so rassistische Aussagen gemacht in der Elften? Ähm, es, es gab noch, ähm, einen Kleingartenverein, hast du es mitbekommen? Nee. Ein Kleingartenverein, ich hab grad nicht aufgeschrieben, wo das war, aber jedenfalls, ähm, wollte ein 28-jähriger Türke, äh, einen, einen Kleingarten mieten, eine sogenannte Parzelle, pächten, pachten und wurde abgewiesen mit der Begründung vom Chef der Anlage, Joachim Krüger, ich call ihn jetzt einfach mal out, weil es in den Nachrichten steht, der Verein nimmt derzeit keine Ausländer auf. Und auf Nachfrage, ähm, sagt er, wir sind ein ganz kleiner Verein und nicht ausländerfeindlich. Bei den Gemeinschaftsarbeiten sind wir aber auf die Hilfe alle angewiesen. Viele Ausländer wollen jedoch nur herkommen, eine Tasse Tee trinken und grillen. Ein paar kann man durchziehen, aber irgendwo ist Schluss. Und das fand ich einfach nur unfassbar dumme Aussage, unfassbar rassistisch und vor allem wieder einzusteigen mit, wir sind nicht ausländerfeindlich, aber alle Ausländer sind gleich, deswegen nehmen wir am besten gar keine mehr auf. Das fand ich halt wieder richtig dämlich. Das ist halt, das ist halt, ja, obviously, also ein bisschen, ja, was du sagst, also hey, warum sagt er sowas? Das ist ja total obvious ausländerfeindlich. Die Rechten sind doch inzwischen viel subtiler, was ist los mit dem? Ich weiß auch nicht, woran das liegt irgendwie und der Landesverband von den Gartenfreunden heißen die, die haben sich schon dagegen gestellt und sagten, das geht überhaupt nicht, man darf Menschen das überhaupt nicht zuschreiben. Jeder Mensch soll sich irgendwie engagieren im Verein und so weiter. Und man darf aber niemanden aufgrund der Religion oder Hautfarbe oder Herkunft ausschließen. Vor allem ist der junge Türke halt hier geboren in Deutschland und auch sein Vater hat irgendwie ein Unternehmen oder arbeitet zumindest hier schon seit über 30 Jahren. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Dann ist es ja, dann ist es ja auch kein Ausländer. Dann ist es ja einfach auch kein Ausländer. Ne, also es ist es ja halt, ne, wo ziehst du überhaupt die Grenze? Wenn du irgendwie sagst, eine Person, weiß ich nicht, die jetzt eh nicht lange hier ist oder so, ja, kann ich noch verstehen, was die Person meint, wenn die irgendwie sagen, die wollen langfristige Verträge schließen. Das würde ich vielleicht noch nachvollziehen können, wenn es immer noch blöd ist. Aber wenn hier eine Person ankommt, die Deutsch spricht, die halt hier arbeitet, hier geboren ist, aber einfach einen türkischen Namen hat und du dann sagst, ne, du bist ein Ausländer, da kriegst du ja keine Garten, keine Parzelle, das ist halt schon arg traurig. Da muss man auch gar nicht viel diskutieren. Also ich finde das einfach nur dumm. Also wenn ich jetzt wirklich aus irgendeinem Grund glauben würde, dass die Türken im Garten nur Tee trinken und sich nicht engagieren, dann hätte ich doch wenigstens gesagt, komm, dann machen wir mal irgendwie eine Probezeit rein oder sowas in die Richtung. Weißt du, damit er sich bewähren kann. Also wenn es jetzt wirklich, die Ausgangslage ist natürlich auch nicht besonders clever, so. Aber diese de facto Aussage da über sogenannte Ausländer zu treffen, ist interessant, dass es das noch gibt und ja, also der muss ja in Grund und Boden gebasht worden sein, der Typ. Ich glaube, ich höre mir aber auch die Frage des Gesetzes. Also auch bei der Dortmund-Ausstellung, aber auch jetzt bei dem Kleingartenverein, inwiefern es überhaupt durchsetzbar ist. Ich meine, du hast ein Hausverbot, du kannst schon Leute auch irgendwie ausschließen, aber ich dachte halt eben nicht aufgrund ihrer Hautfarbe oder sonst was. Ich glaube, dürfte im Grundgesetz stehen, ne? Deswegen weiß ich nicht auch, wie das in Dortmund sich so verhält und ob da irgendwie dagegen geklagt werden kann oder was da so dann die rechtliche Relevanz ist oder der rechtliche Stand ist. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wir gucken uns das an, würde ich vorschlagen. An der Stelle ist es wieder, wie so oft, ich finde die Seiten, die das aufziehen, nicht deutlich schlauer oder dümmer, als die, die sich darüber aufregen. Also macht euren Scheiß. Bin mal gespannt, zu was es führt. Aber das mit der Kleingartenanlage ist natürlich auch wieder krass. Weißt du, weil er hätte ja genauso gut sich denken können, oh ein Türke, da bin ich total skeptisch. Mensch, ich lasse die nicht rein, irgendwie sowas. Aber das halt zu sagen, ist halt nochmal einfach nur dumm, weil wie gesagt, dass ein rechtlich auch einfach ein Einfalltor ist. Der kann sich halt dafür verklagen lassen, denke ich mal. Da gehe ich mir stark von aus. Und es ist ja auch nur ein Fall von vielen. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen oder Wochen noch einen Fall gepostet von eBay Kleinanzeigen, wo auch ein Vermieter in die Anzeige geschrieben hat, bitte keine ausländischen Bürger, keine Grünen, keine Klimaaktivisten und so, die dürfen sich ja nicht bewerben für die Wohnung. Das ist einfach nur Quatsch. Das sind halt Sachen, die halt ständig passieren. Und deswegen ist immer so diese Frage von wegen, ihr gäbe es ja gar keinen Rassismus, was die AfD immer ganz gerne sagt. Das ist halt einfach Quatsch. Das sind vor allem die sichtbaren Fälle. Wie viele Vermieter haben vielleicht fünf, das ist jetzt total übertrieben, fünf Bewerber, sage ich jetzt mal, und wenn da irgendwie einer ist, der irgendwie gar nicht fließend Deutsch spricht oder irgend sowas, dann sind seine Chancen einfach schlechter fertig. Das muss gar nicht mehr in der Anzeige drinstehen. Ja. Hast du Bock auf noch mehr Hakenkreuz-News? Ich habe noch eine. Ja, ich hatte gerade noch was im Sinne, aber es fällt mir gerade nicht ein. Mach erst mal deins. Es wurde mir gestern oder vorgestern zugeschickt und zwar gab es in, ich muss überlegen, wo es war, in Baden-Baden, wurden Autos gefunden von ukrainischen Mitbürgern quasi, also da war das ukrainische Kennzeichen drauf und die wurden mit Hakenkreuzen beschmiert. Und da hat man eben ermittelt, wer das sein könnte und jetzt kam wohl raus, das war Martin Kühne, ein AfD-Stadtrat in Baden-Baden. Der ist 58 Jahre und muss jetzt zurücktreten, deswegen fand ich ganz interessant. Ich verstehe diese Leute nicht. Das sind Leute, die sich selbst als Patrioten deklarieren. Nehme ich jetzt einfach mal an, wenn das ein AfD-Stadtrat ist. Es ist aktuell eines der höchsten deutschen Sicherheitsinteressen, dass dieser Krieg nicht für die Russen ausgeht. Wie kann man dann sowas machen? Ich frage mich eh gerade als Stadtrat, also wie kannst du sowas einfach machen? Also ich meine, ich kann verstehen oder ich glaube schon, dass es viele von denen gibt, die halt voll gern Hakenkreuz Symbole schmieren würden. Aber wenn du wirklich in Stadtrat sitzt, du bist in der Politik irgendwie, du hast irgendwie was zu sagen und so und einen Ruf und dann so eine Scheiße bauen, das ist doch einfach nur, also taktisch unklug. Ja, 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 im Detail das, aber im Großen und Ganzen genauso diese, warum sind so viele rechte sogenannte Patrioten für Russland in diesem Krieg? Das sehe ich ja auch immer hier in Weimar bei diesen Montagsdemos, wenn die dann irgendwie sagen, wir sind für Frieden und auf keiner Seite, aber sie halt da nur Russland fahren oder irgendwie eine Mischung aus Deutschland und Russland fahren, die so in so einen Handshake einhergehen, wo ich mir sage, ey, wenn ihr wirklich neutral seid und Frieden wollt und so und euch nicht irgendwie einmischen möchtet und auf keiner Seite schlagen wollt, wieso schwenkt ja Russland fahren, der ja offensichtlich der Aggressor ist und selbst wenn man irgendwie behauptet, die NATO hätte oder der Westen hätte den Krieg provoziert und so weiter, trotzdem hat ja Putin den Schritt gemacht, einzufallen in die Ukraine und trotzdem, also er ist ja trotzdem der Kriegstreiber und er kann ja entscheiden, wenn der Krieg zu Ende ist. Warum man da nicht einfach sagt, ey, wir schwenken gar keine Fahnen von denen, wir schwenken nur Friedenstauben, da werden sie ja wenigstens noch glaubwürdig, aber so sind sie halt überhaupt nicht glaubwürdig und wenn du damit wahrscheinlich mit Ukraine-Fahnen aufgehend tauchst, würdest du wahrscheinlich ausgefiffen werden, davon gehe ich ganz stark aus. Aber ich verstehe auch dieses ganze Anti-NATO-Narrativ nicht, so, wir, also ich weiß, wir haben gerade verschiedene Punkte und reden vielleicht auch ein bisschen, ich verstehe, was du meinst, aber mein Punkt ist halt der, wir sind als Deutschland in der NATO, warum ist, also man kann die NATO ja doof finden, aber wenn man sagt, ich bin in diesem Krieg, in dem die NATO nicht, noch nicht angegriffen wird, gegen die NATO, dann vernachlässigt man, dass im Bündnisfall genauso deutsche Leute gegen Russen kämpfen werden. Ich glaube, der Punkt ist, dass die Leute halt eben, weil wir in der NATO sind, nicht wollen, dass wir eingreifen. Ich meine, die sind ja auch ganz konkret dagegen, dass wir Waffen liefern und uns einmischen und die haben eben Angst, dass die NATO Kriegspartei wird, deswegen wollen sie ja keine Waffenlieferung haben, weil sie sich auch irgendwie nachvollziehen kann, die Angst, was ich aber ein bisschen anders sehe. Ja, aber das Ding ist, es ist absolut unrealistisch zu glauben, dass Russland nach der Ukraine aufhört. Ja, natürlich, also das ist ja ganz klar und es wurde ja auch schon von vielen Seiten berichtet, dass wohl Ukraine nur der Anfang sein soll und es war ja auch der Anfang, auch mit der Krim zum Beispiel, wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt hat der Putin seine Krim, jetzt hat er seine Ruhe, es wird Frieden sein, wo auch Wagenknecht noch einen Tag vor dem Einfall gesagt hat, ja, wer echt glaubt, Putin wird die Ukraine angreifen, der ist ja wohl blöd und dann ist es halt wirklich passiert, es ist ja einfach ein Fakt, dass er einfach nicht aufführen wird. Richtig, ja. Deshalb also... Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt auch für Waffen zuliefern, wird halt die Ukraine wahrscheinlich eingenommen werden und was soll dann passieren? Danach ist Polen dran und wer kommt danach, weißt du? Also ich weiß nicht, das ist alles so, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, das Ding ist, selbst wenn Polen dran ist, sind wir ja auch dran, weil dann gehen ja alle NATO-Soldaten nach Polen. Ja, vielleicht nicht alle, aber vielleicht auch doch alle, also auf jeden Fall Deutsche, weil das käme ja dann als nächstes, ne? Es ist, es ist... Also klar, man kann eine Frage stellen, ob Putin so blöd ist, auch ein NATO-Land anzugreifen, weil Ukraine ist ja nicht in der NATO gewesen, ob er so blöd ist, sich der ganze NATO anzulegen. Das kann auch sein, dass es vielleicht doch zu wahnsinnig ist, zu größenwahnsinnig. Kommt halt drauf an, weil jetzt hat die NATO Stärke bewiesen. Hätte es es nicht bewiesen, weil es wird ja auch so ein bisschen angenommen, dass diese ganze Afghanistan-Sache ein Grund dafür ist, dass Putin sich hinsichtlich der NATO in Sicherheit gewogen hat. Hätte die NATO sich schwach gezeigt, wäre vielleicht die Hürde geringer gewesen. Ja, davon gehe ich auch aus. So viel zu haken, kreuzn an Autos. Also das ist schon krass. Also gegen den werden jetzt Konsequenzen erhoben, richtig? Ja, genau. Es wird gerade ermittelt gegen ihn. Er ist auch noch tatverdächtig, aber es ist ziemlich klar, er ist auch zurückgetreten und so weiter auch ein Statement verfasst. Also er wird es schon gewesen sein. Ich bin mal gespannt, kannst du sagen, was die Wähler dazu sagen, ob die sagen richtig so oder ob die sagen, hätte man nicht gedacht? Also ich bin ja undercover auf Facebook unterwegs, wo ich auch die Kommentare unter solchen Artikeln mir angucke und die Zustimmung ist sehr, sehr groß immer noch von AfD-Fans, weil die immer nur sowas schreiben wie, das ist ein Einzelfall wegen eines blöden Typen, kann man doch nicht die ganze Partei irgendwie ablehnen oder nur weil er halt eine Straftat macht, heißt ja nicht, dass er nicht recht hat und solche Sachen. Also es wird immer sehr vermindert. Weißt du, es ist halt immer so, dass sie von Einzelfällen sprechen bei der AfD, aber es gibt so lange Listen von Nazi-Ausfällen und von rassistischen Ausfällen, dass man nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann. Also ich habe selber eine Liste privat gesammelt auf meinem Telefon, in meinen Notizen. Ich habe echt wie um die 50 Punkte, die ich finden konnte über die Zeit mit Nazi-Ausfällen in der AfD, die ich immer ganz gerne dann drunter poste unter solchen Beiträgen. Dann ist meistens Ruhe, weil die dann nicht gegensprechen können. Ja, aber meinst du, du kriegst die da mit zum Nachdenken? Weiß nicht, aber ich glaube, wenn man das unkomitiert stehen lässt, ist es auch nicht besser. Ja, es ist nochmal eine andere Frage. Also das wird ja auch gerade ziemlich breit diskutiert, einfach dieser Fakt, dass die AfD ja gerade einen enormen Hochlauf einfach hat. Ja klar, die sind jetzt auch in Bayern, ne Quatsch, in Sachsen jetzt bei über 30%, glaube ich, es waren 35% in Umfragen. Boah, Schatz. Das ist halt schon echt hammerhart. Und Bayern wird sehr spannend werden, was da gerade passiert. Ja, also nächstes Jahr Landtagswahlen werden auf jeden Fall spaßig. Und Bayern ist natürlich auch spaßig, weil... Ich weiß nicht, ob ihr Hubert Aiwinger kennt, ne? Das ist der aktuelle... Ach, Aiwunger? Ja. Kannst kurz gucken, wo steht's denn? Ich hab hier Aiwanger stehen. Das ist aber Aiwinger gesagt. Oh. Also Aiwanger heißt er jedenfalls. Okay, Aiwunger. Aiwunger. Okay. Und der... Nee, also Aiwunger heißt er eigentlich. Jedenfalls, der ist der aktuelle Wirtschaftsminister des Landes Bayern und Koalitionspartner, also mit den Freien Wählern, Koalitionspartner der CSU und regiert halt mit Markus Söder. Und der ist öfter aufgefallen mit rassistischen Ausfällen und so weiter. Und jetzt wurde... Kam wohl raus, dass er zur Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt in seinem Rucksack hatte. Und wo er erst sagte, ja, ich hab's einfach nur eingesammelt so und ich hab damit nichts zu tun. Und mein Bruder hat das geschrieben. Und sein Bruder ist wohl angeblich in der Schule durchgefallen, sitzen geblieben und hat deswegen wohl aus Wut, aus Ärger erst mal ein antisemitisches Blatt verfasst, was überhaupt nicht aussieht nach Wut. Das sieht schon sehr durchdacht und sehr perfide aus. Und es ist eh so ein bisschen die Frage, wenn ich solche Schule... Also wenn ich durchfalle in einem Unterrichtsfach, werde ich dann zum Antisemiten? Sind dann etwa die Juden schuld? Das ist dann die nächste Frage. Ganz komisch. Also hat quasi der Bruder die Schuld auf sich genommen, sodass Hubert Aiwanger sagen konnte, ich war's gar nicht. Ich hab nur ein Blatt davor, also eins im Rucksack gehabt. Aber jetzt gab's Meldungen darüber, dass er wohl trotzdem auch einen Vortrag machen musste oder eine Hausarbeit schreiben musste über das Thema, weil er eben erwischt worden ist, wie er wohl mehrere im Rucksack hatte. Ja. Und das war dann lange Zeit so der Fall, dass sie gesagt haben, okay, es ist immer noch vielleicht ein Zweifel von Angeklagten. Er hat ihn halt nur im Rucksack gehabt, dieses Blatt Papier. Aber jetzt kam raus durch ein Interview mit dem ehemaligen Mitschüler, dass Hubert Aiwanger wohl öfter mal auch Hitlergruß gezeigt haben soll im Unterricht und so und Judenwitze gemacht hat. Und jetzt kommt halt immer mehr raus und er ist halt einfach nicht mehr tragbar und es wird gefordert von ihm, dass er zurücktritt. Was ich fast witzig fand, er hat das gemacht, was du gesagt hast, er hat aber genauso Hitler reden geübt und meinen Kampf gelesen. Also er hat vor dem Spiegel, also ich weiß nicht, das ist schon fast wieder lustig. Ja gut, meinen Kampf lesen kann man ja machen. Nee, das kann man meines Erachtens auch machen, aber Hitler reden vor dem Spiegel üben? Ja. Ja, in die Vorstellung bin ich irgendwie einigermaßen lustig. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen Zeitverschwendung gegeben, dass die auch echt einfach stundenlang waren teilweise. Ganz kurz, hast du das Flugblatt gelesen? Nur stellenweise, ich habe so ein Screenshot gesehen, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Okay, also es ist immer so ein bisschen zynisch in die Richtung, ja, es sind da ganz viele Buzzwords hier, Vaterlandsverräter, Freiflug durch irgendeinen Schornstein, Zwingy Zwingy, ne, also schon richtig, richtig, richtig übel, ja. Ja, so war es halt. Es wurde ja in einem Interview, also er hat in einem Interview behauptet, das wäre nicht er, er ist Menschenfreund und sein Erwachsenenalter ist ja wohl noch nie so aufgefallen und das stimmt zum großen Teil gar nicht. Als er dann gefragt worden ist von einem Reporter, ob noch mehr rauskommen könnte über ihn in den Schulakten, da war nur seine Antwort, lassen wir uns mal überraschen. Ja. Um sich schön dann irgendwie reinwaschen zu können von wegen, wenn die behauptet, dass es alles gewesen ist. Gut, da frage ich mich aber tatsächlich, wenn wir jetzt tatsächlich politisch wichtig wären und möglicherweise, also wir haben alle mal Scheiß gebaut, ne, ich habe ja auch Videos gemacht, die würden heute anders ankommen. Wie würde man das angehen? Würde man dann bei so einer Sache sagen, ja, das stimmt und ich habe auch dies und jenes und dies und jenes gemacht? Oder versucht man einfach zu hoffen, dass es weiterhin geheim bleibt, weil ist ja übelst lange her? Also ich bekomme, also ich habe so die Meinung, dass es immer um Verantwortungsübernahme geht, wie auch bei der Band Weimar, ne. Man kann ja von mir aus eine Nazi-Vergangenheit haben, ich habe auch mein Freundeskreis tatsächlich auch ehemalige richtige Rechtsradikale, die früher richtig auch NPD und so waren, der sich aber zwischen geändert haben, aber auch dazu stehen und auch es den Leuten zu erzählen, wenn es zur Sprache kommt, ja, ich war früher mal so und, äh, aber das mache ich jetzt nicht mehr und das ist ja dann völlig in Ordnung, so. Ich meine, ich will ja auch als Antifaschist, dass Menschen sich ändern und dass sie ihre Meinung ändern, aber er ist halt vertuscht und behauptet, es stimmt alles nicht, mein Bruder war das und dann kommt halt noch mehr raus, das ist halt dann schon sehr salty. Ja. Oder, nee, nee, shady, shady. Äh, hätte, ja gut, hätte er vielleicht sowas sagen können wie, also um sich selbst zu retten, ich versetze mich mal in Herrn Aiwünger, hätte er sowas gesagt wie, äh, mein Bruder hat ja noch mehr Scheiß gebaut, wenn das jetzt auch noch rauskommt, äh, wahrscheinlich hätte ich das sowas in die Richtung gemacht, ich meine, man muss natürlich jetzt wirklich im Zweifel sagen, kann ja sein, dass es wirklich, äh, gegen ihn ging, aber er hat sich ja dann auch in Anführungsstrichen entschuldigt, zwei Minuten lang abgelesen, hab ich mir angesehen und tatsächlich entschuldigt er sich eher dafür, dass es aufgeflogen ist und dass diese Berichterstattung die Leute hätte verletzen können und heult halt rum, dass gegen ihn eine Kampagne gefahren wird, also wirklich von Herzen schien das meines Erachtens nicht zu kommen. Schon dieses Wort Kampagne immer, wenn irgendwie was rauskommt und es Leute halt mitkriegen und es veröffentlicht wird, das ist doch keine Kampagne, also eine Kampagne ist was ganz, ganz anderes, wenn jemand wirklich mutwillig nach Sachen sucht und Sachen aufpusht und dazu auffindet, das ist vielleicht eine Kampagne, aber wenn da einfach nur Sachen rauskommen und man das irgendwie nüchtern betrachtet und das berichtet, ist es halt noch keine Kampagne. Ich finde dieses Narrativ schon immer sehr, sehr, ähm, sass, sehr shady. Mal rumgedreht, die Sachen mit Baerbock zum Wahlkampf, hättest du gesagt, das wären Kampagnen oder hättest du gesagt, das ist eher nur rausgekommen? Ähm, also es kommt auf die, auf das Medium drauf an, also ich glaube schon, dass so Bild und auch Welt, also ganze Springer-Sachen, dass es schon an eine Kampagne mich erinnert hat, ne, weil ja vieles auch aufgepusht worden ist und halt Sachen teilweise gar nicht gestimmt haben. Ich meine, vor kurzem gab es die erste Schlagzeile von der Bild irgendwie, wo stand, weiß ich werbe konkret, aber, ähm, so gefährlich sind Blitze für E-Autos. Da muss man draufklicken und das war dann in seiner Paywall und vermittelt den Eindruck, dass E-Autos gefährlich seien, wenn man damit bei Gewitter fährt, aber es kam im Artikel raus, dass sie halt nicht gefährlich sind, dass E-Autos genauso wie andere Autos sind, aber schon diese Schlagzeile, das ist für mich eine Kampagne, wenn man halt irgendwie schon tendenziöse Schlagzeilen setzt, die halt falsche Gedanken einsetzen können. Ja, die grüßen E-Autos. Und da sehe ich schon, dass Kampagnen gemacht worden sind. Und auch Baerbocks Zitat von wegen, egal was die Wähler denken, wir machen das so und so, das hat sie jetzt so auch nicht gesagt und nicht so gemeint, aber es wurde halt so aus dem Zusammenhang gerissen und dann so aufgebauscht. Das sind für mich schon Kampagnen tatsächlich. Ich frage mich halt, ob ich da biased bin, weil natürlich ist es, bin ich sicherlich dem Grünen näher geneigt als dem freien Wähler, ob das ein Bias ist, weil ich habe tatsächlich den Eindruck, dass gegen Grüne sehr viel Kampagne gemacht wird. Diese Heizungssache, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, da wurde meines Erachtens auch deutlich mehr Trara-Kontra-Grün draus gemacht, als es halt wirklich war. Bei vielen anderen Sachen auch. Ich meine, es gab zum Wahlkampf einfach ein fucking Werbeplakat, da war so eine vergammelte Sonnenblume drauf von wegen grüner Dreck und dann standen dann irgendwelche Sachen über die Grünen, die auch nicht gestimmt haben. Das ist für mich halt eine Kampagne. Es ist auch auffällig, sobald du jemanden von der AfD oder von irgendwelchen anderen rechtskonservativen Leuten kritisierst, das Erste, was die Leute schreiben, ist, aber die Grünen. Ja, also die versuchen sich gar nicht zu verteidigen, indem sie das irgendwie entschuldigen oder das versuchen zu erklären oder irgendwas, sondern zeigen immer nur auf die Grünen. Das haben die alles schon gemacht. Joschka Fischler hat Bullen verkloppt und so. Wo ich sage, ja, aber zurück zum Thema. Hagenkreuz schmieren auf Autos von den AfDlern. Ja, aber die Grünen und die Antifa und die Klimakleber, wo ich sage, ey, guck mal, also das passiert die ganze Zeit eigentlich. Okay. Tatsächlich diskutiere ich gar nicht so viel wie du wahrscheinlich auf Facebook mit AfD-Leuten. Tatsächlich werde ich das aber, wenn mal wieder Wahlkampf oder so ist, mal machen, weil mich das halt wirklich einfach interessiert, wie die auf die Widersprüche reagieren. Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Wochen in Weimar mit einem CDUler unterhalten, das war ganz witzig. Was war denn da? Da ging es, genau, ging es ums Verbrennerverbot. Und ich habe ihn gefragt, sind denn Elektroautos nicht effizienter? Ja, aber ich will meine Verbrenner und so. Da wollte ich immer weiter drauf. Und ich wollte dann irgendwann wissen, ja, wenn das denn alles mit den Elektroautos so gut ist und die Verbrenner so ineffizient ist, wie wir gerade aufgearbeitet haben. Was genau ist dein Schmerzpunkt bei diesem Verbrennerverbot? Er ist, was die Antwort war. Nee. Die Grünen haben jetzt einen queeren Kindergarten in Berlin. Ah ja. Und das ist von einem Grün, die Idee kam von einem Grün, der irgendwo in einem Buch geschrieben hat, dass Elfjährige einen Sexualtrieb haben. Ich dachte, ey komm, was? Das war halt ein CDUler, nicht mal irgendwie ein richtig rechter. Aber ich sage ja, die können halt nicht wirklich argumentieren, also die können nicht beim Thema bleiben. Ich meine, das haben die Ärzte ja auch schön bei Wutbürger verpackt irgendwie. Sie hetzen, sie lügen, dann wechseln sie das Thema. Es ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, aber das finde ich irgendwie fast einen Ticken schlauer, als zu sagen, mit der AfD rede ich nicht, zu gucken, okay, was sind wirklich die Themen? Ich gebe euch jetzt mal die Konsequenzen, zum Beispiel, wenn man jetzt hier Björn Höcke hat, so was wäre, wenn wir aus der EU austreten? Alter, das wäre für Deutschland die größte Katastrophe, ne? Ja. So, wenn man das mal ausarbeitet und guckt, was da kommt. So, kommt da wirklich nur aber die Grünen oder weiß ich nicht. Ich will ja die AfD-Wähler verstehen, ich bin ja Demokrat, ich will ja wissen, was bewegt die, was schmerzt die, was finden die gut daran? Aber man kommt irgendwie immer gar nicht so weit. Nicht immer, aber... Ich versuche es ja auch, ich versuche es ja auch und es macht furchtbar Spaß, auch Faktenchecks zu machen, also gerade auch auf den Facebook-Spalten. Da bekommst du erst mal mit, wie geblendet die AfD-Fans zum Teil sind, weil sie so viele Sachen schreiben, die überhaupt nicht stimmen. Also einer hat mir auch gestern erst geschrieben, dass er die Grünen scheiße findet, weil die ja die LKW-Maut erfunden haben. Da habe ich geschrieben, das stimmt überhaupt nicht. Das war lange bevor die Grünen in die Regierungsverantwortung gekommen sind. Das ist von CDU gemacht worden. Und auch die PKW-Maut wurde von der CSU erfunden. Das stimmt gar nicht. Was die Grünen machen wollen, ist diese Maut halt irgendwie reformieren und ändern, aber nicht einführen. Die gibt es doch schon, die LKW-Maut. Und es ist einfach so viel einfach falsch, was die Leute da berichten. Das ist alles einfach sehr auffällig. Und auch wenn AfDler in Interviews sind bei Markus Lanz, ich mache das ganz gerne einfach mal nach jedem Satz, um die Pause zu drücken und nachzurecherchieren. Das stimmt einfach zum Teil nicht. Das ist ja das Traurige. Wenn die eine Meinung haben, können sie ja ruhig haben, man ist halt selten fundiert. Ja, das ist halt das Miese, weil was die AfD sagt, ist das, was die Leute, die nicht besonders politisch sind, halt hören wollen. Ja, und dann denken die, das stimmt einfach. Das war auch ganz witzig, dieser CDU-Typs, um noch auf den Weg zurückzukommen, der meinte dann auch, genau, es ging dann, da habe ich ja diese ganzen Lobbyismus-Geschichten von der CDU angesprochen, die mich halt so nervt, so einfach ganz auf Augenhöhe mit ihm unterhalten. Und da meinte er auch, ja, die Grünen, die haben ja auch in ihren Reihen so richtig viele Aktiengesellschaften, die sie da unterstützen. Und ich nur so, ach krass, welche denn? Oh, da habe ich jetzt gerade nichts Konkretes zu handeln. Da dachte ich, also, ja, wow, ey. Nachfragen, sehr gut, das ist immer sehr gut. Dann kommt auch ganz selten was zurück. Ja, aber auch, ich habe nicht mehr so nachgefragt, so von wegen, ha, 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 das weißt du bestimmt, sondern so, ach echt? So wusste ich gar nicht, mäßig. So, dass es weiterhin auf Augenhöhe ist, aber, ja, er sich trotzdem halt blamiert. Ja, das ist echt mega, mega interessant. Ich hätte noch, äh, ich hätte noch, äh, ein, ein, ein Thema zum Thema Sexismus. Hast du Bock drauf? Mach, komm, hau rein, hau raus. Ähm, hab dem, oder hast du mitbekommen davon, äh, von der Spanien, vom Spaniens Fußballboss? Gab's irgendwas, irgendwie Kussaffäre war da? Ja, genau, ich muss ganz kurz gucken, wie er hieß. Äh, Luis Rubiales, der ist, der Fußballboss halt in, in, äh, in Spanien und da die Spanierinnen, also im Frauenfußball die WM gewonnen haben, gab's halt eine Fertesiegsfeier und so weiter im Fernsehen natürlich und da hat halt der Fußballchef irgendwie sämtliche Spielerinnen umarmt, aber die Teamchefin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Ja. Einfach, so random, ohne dass es irgendwie, äh, zwischen denen eine Beziehung besteht oder es irgendwie klar war, hat sie einfach genommen und sie auf den Mund geküsst und das hat sie erst mal verarbeiten müssen, nachher hat sie sich halt übelst beschwert, dass es halt eine Form der sexuellen Gewalt ist und von ihnen eine Entschuldigung fordert, aber es sieht sich überhaupt nicht ein, dass es irgendwie, äh, schlimm gewesen wäre und will auch nicht zurücktreten und jetzt gibt's aber auch erste Fußballer, auch, also auch männliche, die gesagt haben, sie spielen so lange keinen Fußball, bis er halt zurücktritt und einzieht, dass es halt einfach scheiße war. Entschuldigen reicht nicht? Er macht ja auch nicht. Okay. Also, er macht's ja derzeit nicht, ich hab's zumindest nicht, äh, nicht, äh, nicht finden können, dass er sich entschuldigt, er findet's irgendwie legitim, das zu machen und, also, was ich jetzt finden konnte, also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch bin, und, ähm, ich finde schon, dass das ein Rücktrittsgrund ist. Also, ich weiß nicht, was dich dazu legitimiert, einfach eine fremde Person auf den Mund zu küssen, obwohl du das gar nicht, äh, nicht vorher gefragt hast. Okay. Das ist einfach nicht in Ordnung. Also, die haben sich vorher nie gekannt, oder wie? Gekannt wohl schon, das war einfach, die haben halt nicht diese Ebene gehabt, sich zu küssen. Okay. Das war einfach völlig random. Also, ich finde Entschuldigen natürlich genau dann angebracht, wenn sie sagt, sie wollte das nicht. Zurücktreten weiß ich nicht, aber hätte er halt, hätte er halt kurz danach gesagt, boah, fuck, äh, da, da sind mir die Emotionen durchgegangen, tut mir voll leid, ich glaube, dann wäre dieser Rücktritt auch nicht mehr nötig gewesen, oder? Das kann auch sein, das müssen aber auch die Betroffenen entscheiden, ne? Also, wenn jetzt irgendwie die, äh, Jennifer Hermoso entscheidet, dass es dann in Ordnung ist und sie verzeiht ihm und so und es kann mal passieren, dann vielleicht, aber wenn sie immer noch sagt, dass es scheiße für sie war und sie hat sich irgendwie benutzt gefühlt, dann fände ich es schon legitim zu sagen, ey, tritt mach zurück, du musst erstmal deine, deine Emotionen unter Kontrolle bekommen. Okay, ich, ja, weiß nicht, also, genug drin bin ich nicht, aber dann, ich, ich hätte gesagt, also, wie gesagt, als Außenstehender, männlicher, nicht Betroffener, dass er mit einer ehrlichen Entschuldigung wahrscheinlich abgegolten hätte und, ähm, was, was nützt er, wenn er zurücktritt? Dann ist diese Sache ja nicht ungeschehen dadurch. Ne, natürlich nicht, also ungeschehen machst du ja nie irgendwas, äh, im Nachhinein, aber du, ähm, trotzdem geht's ja um Verantwortung übernehmen, also, das ist ja auch das große Thema, was ich so für mich gefunden habe, man muss nicht fehlerfrei sein, das bin ich auch nicht, ich hab auch schon das N-Wort hier im Podcast gedroppt, ähm, aber wenn man das irgendwie versteht, sich irgendwie das zurücknimmt und so weiter und das nicht mehr macht, dann kann man auch einfach sagen, ey, ich hab mich geändert und, äh, übernehme Verantwortung. Ja, okay, ja, bei dem Thema ist natürlich das, äh, das Konstrukt interessanter als, als irgendwelche Fußball-Sachen, aber interessant, dass da tatsächlich noch ein bisschen, ja, ich meine, so gesehen, keiner von uns würde gern von irgendwelchen Randos auf den Mund geküsst werden, ne, insofern ist es vielleicht auch nicht mal, also, es ist einfach die Sache selber, wo man mal wirklich gucken wollte, Alter, war das nicht ein bisschen nah? Ja, eben, also, ich finde das auch ganz, ganz problematisch. Wer, äh... Wir reichen uns so langsam dem Ende, hast du, also, ich hab noch ein, ein Thema, hast du noch eins, was du anbringen möchtest? Hast du Zeitdruck, oder was? Nö, ich frag nur, weil wir jetzt so an die Stunde rankommen. Wir müssen, wir haben beliebig viel Zeit. Ne, mach erst mal dein Thema und dann guck mal. Ja, aber es ist ein trauriges Thema. Okay. Und zwar, ähm, wir machen jetzt eine große Sparte Wrestling auf, ja. Ah, geil. Und, 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 ihr wisst ja, ähm, ich hab ja auch immer in meinem Twitch-Streaming, ähm, die Figur Jessica gehabt, ne, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nö. Diese Figur mit der Maske und so, die so gruselig aussieht, von der ich auch zu Hause so Pappfiguren habe. Okay, und die ist tot? Manche wissen es vielleicht genau, der, ähm, Wrestler-Denters ist gestorben, äh, vor einer Woche ungefähr, also jetzt, wenn ihr es hört, ist er vor einer Woche gestorben, etwa, nämlich Windham Rotunda, auch bekannt als Bray Wyatt, der als, äh, Wyatt Family quasi bekannt geworden ist und mit seiner Wyatt Family bekannt geworden ist, ähm, da war ich richtig schockiert, also ich bin echt morgens aufgewacht und mir hat das, äh, Mew dann, äh, als Nachricht geschickt, so, dass es gerade gelesen hat und der ist ja 36 gewesen. Und woran, also richtig jung. Worum ist Windham Rotunda gestorben? Windham Rotunda, der ist gestorben, äh, an einer Folge von Corona tatsächlich. Er hatte Anfang des Jahres eine Corona-Infektion, die ihn sehr stark ausgenockt hat und deswegen ja auch aus den Shows rausgestrichen worden ist und musste sich erstmal erholen. Und es war schon bekannt, dass er wohl eine schwere Erkrankung davon getragen hat, aber es war nicht genau bekannt, was, was es war, nur dass es halt Karriere- und lebensbedrohlich war. Und da war er lange nicht in den Shows, aber sein Bruder war immer da und hat quasi die Geschichte weitererzählt, quasi die gerade in den Shows so läuft. Und es gab immer mehr Spekulationen darüber, wann kommt er wieder? Und da gab es über die News, er trainiert wieder und hat eine In-Wing-Freigabe bekommen, er darf wieder kämpfen. Im September ist wohl Comeback. Und auf einmal kommt die Meldung, dass er gestorben ist. Und dann war jetzt die Meldung, dass er von Corona einen Herzschaden erlitten hat. Er hatte wohl schon vorher irgendwie Herzprobleme. Und jetzt war wohl der untere Teil des Herzens wohl richtig kaputt und er sollte sich wohl erstmal zurücknehmen, sich erholen und wenn er schläft, einen mobilen Defibrillator benutzen. Der quasi versorgen kann, wenn du im Schlaf irgendwie, wenn das Herz aussetzt oder so, dass es dich wieder einschmeißt. Klappt nicht immer, aber es kann halt Leben retten. Und am Morgen seines Todes war er noch beim Arzt so und er hat ihm das eben gesagt, bitte benutzt das beim Schlafen und so. Und er hat es aber im Auto liegen lassen, hat einen Powernap zu Hause gemacht und ist dann quasi dann verstorben im Schlaf. Okay. Also sehr tragisch tatsächlich und seine Frau, mit der er auch zwei Kinder hat, ich glaube er hat sogar drei Kinder, zwei von ihr, die hat sich noch gewundert darüber, dass er Wecker so lange geklingelt hat irgendwie, dass er wohl eine Stunde durchgeklingelt hatte und dann hat sie versucht noch, ihre Mutter hat noch versucht, ihn zu reanimieren, aber es war halt schon so spät, war schon blau angelaufen. Also richtig, richtig tragisch, sehr sad, 36 Jahre, also es ist im Wrestling-Bereich halt echt so bestes Alter eigentlich oder noch das beste Alter und mein Lieblings-Wrestler aller Zeiten so und er ist einfach gestorben, das war für mich so der Downer der Woche. Boah, vor allem so eine Scheiße halt, ne? Also ich weiß nicht, hätte er sein ganzes Leben lang diesen Defibrillator gebraucht oder war das jetzt nur irgendwie ein paar Wochen, bis das wieder halbwegs abheilt oder weil es ist auch so dumm, weil er es halt im fucking Auto vergessen hat. Ob es vergessen war, weiß ich nicht genau, ob er es einfach später machen wollte, ich meine, es war ja auch nur ein Powernap so am Tag, ob er es vielleicht dann für nachts rausgeholt hätte, man weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt für immer gewesen wäre, so einen Defibrillator zu tragen, aber jedenfalls gab es halt von den Ärzten wieder so die Freigabe, dass er wieder kämpfen darf, was ja heißt, dass er wohl auf dem Weg der Verbesserung war und dann halt ist er sehr tragisch jedenfalls. Es ist nur irgendeine Person, aber die Story dahinter ist schon so ätzend, weil man bedenkt, das wäre halt auch einfach nicht nötig gewesen, ne? Er war einfach auch so lieb und so nett und so und es gab auch so ein YouTube-Video, wo halt verschiedene Wrestler und Wrestlerinnen ihre Geschichten über ihn so erzählen, wie sie ihn so kennengelernt haben und wie er so drauf war und es war wieder so, also typisch so die Besten gehen zuerst, also es ist manchmal so ein blödes Klischee, aber was man schon vorher über ihn wusste, dass er halt so einer der Netten war und so, das ist schon sehr, sehr traurig und er war so kreativ und ja, war für mich jedenfalls ein großes Thema, was ich voll gerne einfach nur anbringen wollte. Okay, dann denken wir alle an Whip, Raymond, Whistler. Wintem, Rotunda, alias Bray White. Bray White. Ich habe gerade eine Benachtigung von Minecraft irgendwie. Das ist los. Wird neu gestartet, in 15 Sekunden, was heißt denn das? Äh, von Minecraft. Ne, ähm, Minecraft-Server-Bot-Channel, hä? We're starting in einer Sekunde, was passiert hier? Lass uns teilhaben. Minecraft-Server-Hashtag-Bot-Channel is shutting down. Ich habe doch kein Minecraft-Channel, hä? Ich weiß schon, wieso ich Discord hasse. Ja, 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 es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich bin noch online, also du hörst mich noch, wir sind noch da. Da wird nur irgendein Server vielleicht gerade aktualisiert, auf dem ich gerade nicht bin. Ich habe hier noch drei News, die ich jetzt nach Flottkasten-Manier kurz durcharbeite. Also Rammstein ist unschuldig. Das ist nicht freigesprochen worden, ich glaube nur die Anklage, wie sagt man, die Ermittlungen wurden eingestellt. Okay, in Landau, in Rheinland-Pfalz gibt es eine Steuer auf Leerstand, damit die Spekulanten nicht ihre Buden leer stehen lassen, damit sie nicht abgewohnt werden, um sie Rendite stark zu verkaufen. Das ist sehr, sehr smart. Und ich meine, Plan B wäre ja quasi Hausbesetzen, das wäre Plan B. Aber ja, ist auch eine Möglichkeit. Finde Plan B besser. Im Gehirn einer Australierin, die über Gedächtnisprobleme klagte, wurde ein acht Zentimeter langer Ophiazcares-Roberzi-Wurm gefunden, der es sich schmecken ließ. Ja, I, Alter, oder? Hast du das Bild gesehen von dem Wurm? Ja, in so einem Glas drin. Das ist eh meine größte Angst, wenn man irgendwann in meinem Körper irgendwelche Würmer oder irgendwelche Parasiten findet. Das ist doch so ekelhaft, Alter. Bist du auch so Team Einäscherung, wenn du mal tot bist? Absolut, ey. Ich bin zwar dann tot, aber ich will eingeäuert werden. Ich will verbrannt werden, damit mich gar keine kleinen Lebewesen auffressen. Okay, ich würde gern zugunsten der Würmer als Ganzes. Die befallen normalerweise Pythons und gehen auch nicht ans Gehirn ran. Also total spektakulär, dieser Fund. Gut, was geht mir der Woche? Ich hätte jetzt eine 3 gesagt. Ich hätte auch ein Update zum Thema Last of Us. Ja, hast du die Folge 3 geschaut? Erzähl. Ja, oh, ja, die ist super. Ich will ja hier nicht spoilern, keine Angst, aber sie war echt herzergreifend. Sie war schön. Überraschend auch an vielen Stellen. Und ich musste ja meinen Freund so ein bisschen davon überzeugen, das zu gucken. Aber er ist inzwischen voll Intuit und ich auch. Und die Serie ist Fantastico. Also wir können wirklich empfehlen. Und Folge 3, liebe Leute, nehmt Taschentücher mit. Es wird emotional. Und, äh, ja, warum ihr Taschentücher, das erfahrt ihr dann in der Folge. Ja, aber nicht aus Pornhub. Welche Emotionen dafür sorgt, dass ihr eins benötigt, erfahrt ihr dann. Und noch eine Flottkast-Meldung ist, ein Neonazi hat öffentlich gemacht, dass ihm Finger abgehackt worden sind und hat dafür die Antifa in die Schuld gebracht und sagt, es gab wohl eine Macheten-Antifa, die ihm die Finger abgehackt haben. Hat dazu ständig neue News-Updates auf seinen Telegram-Channel gegeben. Aber jetzt kam raus, dass es wohl ein Bekannter von ihm selbst war. Also in anderen Nachrichten hat ihm die Finger einvernehmlich abgehackt. Was? Das ist gerade die Vermutung, einfach um hetzen zu können. Das ist gerade so der aktuelle Ermittlungsstand. Also ich sage, das ist es nicht wert. Nee, nicht wirklich. Finger wachsen ganz schlecht nach. Es gibt noch einen Plan B, also eine Geschichte B, dass nämlich es Drogenprobleme gab und im Unterkronen deswegen die Finger abgehackt worden sind. Und er das dann quasi genutzt hat, um gegen die Antifa zu hetzen. Und die Bullen konnten quasi seine Finger im braunen Glas-Container finden. Auch witzig. Da kommen die nicht rein. Da schlägt mein deutsches Herz, kriegt da einen Aussetzer. Die kommen hier um Müll. Und auch die letzte Sache, die ich habe, und zwar wurde Harald Schmidt fotografiert auf dem Sommerfest der Weltwoche, wo auch so nette Menschen wie Hans-Georg Maaßen und Matthias Matussek aufgetreten sind. Da gab es ein Foto von den drei, Harald Schmidt, Maaßen und Matussek. Und dafür gab es sehr viel Kritik, weil ja Harald Schmidt öfter aufgefallen ist mit ganz komischen Aussagen, auch zur Corona-Zeit und sich jetzt umgibt mit halt rechtsoffenen Menschen, sage ich jetzt mal, ganz unverfänglich. Und er behauptet aber, das wäre nur Recherche gewesen für ein Bühnenprogramm. Haben die zusammen gepostet oder waren die nur zusammen auf dem Bild zu sehen, wie sie alle was... Zusammen gepostet. Sie grinsen alle drei in die Kamera mit einem klar Sekt. Interesting. Ja gut, da muss man auch aufpassen, mit wem oder was man sich abbilden lässt tatsächlich in der Öffentlichkeit. Ja, Glaubwürdigkeit ist gleich bei Null, würde ich sagen. Und ich kann es verstehen, wenn du HP Baxter bist und mit ein paar Stunden ein Bild machst nach einem Konzert und du den nicht kennst, das kann mal passieren. Aber neben Maaßen und Matussek, die man ja wohl kennt, ja, die alten weißen Männer, die erkennt man. Man weiß, wie die aussehen, wenn man weiß, wer das ist. Gerade als Harald Schmidt weißt du, wer das ist. Da kannst du dich halt nicht rausreden. Und ich glaube auch Bühnenprogramm, Recherche, komm. Ja, das muss man auch nicht öffentlich. Also es ist hell. Ja, gut. Ja, in der Tat sehr glaubwürdig. Also für mich war die Woche halt auf einer sehr hohen Zahl, schon aufgrund des Todes meines Lieblingswrestlers. Aber ich weiß, dass die Welt nicht nur als Wrestling besteht. Deswegen gehe ich auch gerne ein bisschen tiefer. Was wäre denn deine Zahl? Also auch aufgrund des Aiwanger-Skandals. Ich finde, das ist schon was Krasses, wenn man einem regierenden Landesvertreter für Bayern einen Semitismus nachweisen kann und es gerade so hin und her gibt, bin ich schon irgendwie über einer Fünf auf jeden Fall. Okay. Also ich wäre so bei einer Sechs vielleicht. Vielleicht auch fast bei einer Sieben. Ja, dann nehmen wir mal die Sechs, weil ich verstehe deine Argumentation. Und was ist dein Lied? Ach so, stimmt. Ich muss kurz auf Spotify öffnen. Ich würde ganz gerne, ihr wisst ja, dass Profi-Wrestler immer einen Einmarsch-Song haben, zu dem sie zum Ring laufen. Da gibt es ja auch ganz bekannte, auch von John Cena und so, dieses Ja. Das ist ja der Song, mit dem er zum Ring kam. Ich würde ganz gern den Song von Bray Wyatt, dem verstorben ist, in die Playlist reinmachen. Wovon es verschiedene Versionen gibt. Ich nehme aber die letzte Version. Die ist ein bisschen härter. Ich muss nur ganz kurz gucken, wie die heißt, um es euch auch sagen zu können. Lass dir Zeit, je länger wir brauchen, desto länger kann Jonas im Bett liegen bleiben. Das stimmt. Jonas, aber gleich aufstehen, nicht vergessen. Sie heißt wohl Let Me In, heißt der Song. Let Me In. Ganz kurz anspielen, gucken. Oder, ja, schick's mir einfach. Mach mal schlau. Ganz kurz schauen. Genau. Kecker heißt das hier bei Spotify. Kecker, ähm, Let Me In, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Okay. Kannst du mir das gleich schicken? Kann ich machen. Okay. Dann nehme ich Big in Japan von Alpha Will, weil Robin sich dann freut. Haben ich mir das Klatsch von Kanz überlegt. Ich habe ganz große Angst, dass Robin jetzt einfach in Japan zum großen Star wird und uns hier vergisst. Wird wahrscheinlich passieren, ne? Wegen seinen Kazoo-Talenten, oder das? Ja, unter anderem. Okay. So, also machen wir von Alpha Will, Big in Japan und den The Fiend-Song von Bray Wyatt, Let Me In. Es wird wahrscheinlich nicht von Kekka sein. Ich versuche herauszufinden, was die Originalversion ist und die tue ich dann in die Brennholz-Untermusik-Reihen Playlist bei Spotify. Was hast du gesagt? Was? Was? Oh, die Musik ist so laut. Was? Oh, ist aber schon sehr laut, Alter. Ja. Uiuiui. Ei, 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 ei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal wird es auch ein bisschen weniger Nazi-lastig. Kommt auf die Woche an. Hey, boy. Dann tschüss. 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 Vielen Dank.